Tobias, Katrin und Martin. Und Frau Grimm, super. Und Lorelei, sehr gut. Sag bitte, Anita, Heidi. Dann kommt Lukas. Lukas. Ja, wo ist Lukas? Hier ist Lukas. Ja, das ist Lisa. Und das ist Lukas. Und Lisa. Lisa und Martin. Und Martin, sehr gut. Danke. Danke. Hallo. Hallo. Tobias. Tobias. Tschüss. Sehr gut. Ich bin sechs Jahre alt. Hallo, hallo, hallo. Ich bin Katrin. Hallo, hallo, hallo. Ich bin Martin. Und ich bin Frau Grimm. Ja, super. Tschüss, tschüss, tschüss. Hallo, hallo, hallo. Ich bin Tobias. Hallo, hallo, hallo. Wer bist du? Hallo, hallo, hallo. Ich bin Tobias. Tschüss, tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Thomas. Thomas. T-H-O. Ente hat zwölf Kinder. Huhn. Huhn ist zehn. Zehn. Wer ist das? Neun. Neun. Schwein. Schwein. Neun Kinder. Neun ist falsch. Maus. Maus. Sieben. Wow, sieben kleine Kinder. Hase. Elf. Elf Kinder. Wer ist das? Schaf. Schaf. Hat drei. Drei. Drei Kinder. Eins. Kuh. O. O. I. 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 E. I. O. I. 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 E. I. I.